In der letzten Woche haben wir über die medellinsische Gesellschaft gesprochen und wie die Muhajirun aus Makkah aufgenommen worden sind von den Ansaren und wie sie gut miteinander umgegangen sind. Wir haben besonders das Beispiel von Abu Talha gesehen, der, ich fasse noch einmal zusammen, er hatte, liebe Geschwister, einen Garten gehabt. Und dieser Garten war ein Garten, der gefüllt war natürlich mit Palmen. Und der Prophet s.a.w. hat folgende Ayah im Koran herabgesandt bekommen. Das heißt die Güte, die Güte ist die höchste Stufe des gläubigen Menschen. Die könnt ihr erst erreichen, wenn ihr von dem hergebt, von dem spendet, von dem ausgebt, was ihr liebt. Hier sehen wir diese, und Abu Talha hat das natürlich umgesetzt, aber diese Ayah sehen wir, dass der Mensch erst die höchsten Stufen erreichen kann, wenn er die Liebe zu Allah s.w.t. über die Liebe zu alles Weltliche setzt und stellt. Das heißt, wenn du in deinem Herzen sagst, du liebst das Geld und du sagst dir, ich gebe es aber trotzdem her und bekämpfst dein inneres Ich, weil deine Liebe zu Allah größer ist, dann, liebe Geschwister, kannst du erst diese höchsten Stufen erreichen. Und deswegen, deutsche Stufen können auch nur durch jene Menschen erreichen, die Sakat zahlen, weil bei dem Sakat zeigt man Allah s.w.t., dass man seine Befehle mehr liebt, als man sein eigenes Vermögen liebt. In der heutigen Sitzung wollen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen mit einem Teil der armen Sahaba von den Muhajirien und auch teilweise von den Ansar. Und zwar, man nennt sie Ahlussuffa. Wir haben darauf hingewiesen, dass nachdem die Mekkaner ausgewandert sind nach Medina, gab es ein paar wirtschaftliche Probleme. Und zu diesen wirtschaftlichen Problemen gehörten, dass sie ihre Häuser verlassen haben, ihre Vermögen hinterlassen haben, zurückgelassen haben in Makka, teilweise sogar ihre Familien. Und sie haben all dies aufgegeben, weil sie ihre Religion retten wollten. Sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie ihre Religion verkaufen oder einen Teil ihrer Religion verkaufen, nur wegen ein paar Häusern oder Goldstücke oder Silberstücke oder was auch immer. Sondern sie haben sich gesagt, wenn es darauf ankommt, natürlich, ich möchte meine Religion ausüben. Und deswegen verlasse ich alles, ist mir alles egal. Hauptsache, ich kann Allah subhanahu wa ta'ala so dienen, wie er es von mir wollte. Und es besteht kein Zweifel, dass sie wirtschaftliche Probleme hatten, weil sie auch kein Kapital hatten. Und die Leute in Medina waren ein Volk, das landwirtschaftlich tätig war. Und die Muhajirin waren ein Volk, die waren nicht Landwirte, sondern sie waren eben Händler. Und sie hatten auch kein Grundstück in Medina gehabt. Und sie hatten auch nicht einmal Bekanntschaften gehabt, außer wenig von ihnen. Und deswegen waren sie die armen Menschen zum größten Teil. Aber wir haben gesehen, dass Leute wie Abu Talha und andere so großzügig waren und sie aufgenommen haben. Und wir haben auch über die Verbrüderung gesprochen, Al-Muhajirin, sodass sie trotzdem miteinander leben konnten und sich trotzdem miteinander unterstützt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Als, liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam nachdem er ausgewandert war, gab es eine Phase von ca. 16 Monaten, in der er in Richtung Jerusalem gebetet hat. Betun Maqdis oder Al-Quds. Und erst nach 16, beziehungsweise 17 Monaten nach der Auswanderung, das heißt nach einem guten Jahr, fast eineinhalb Jahre, ist der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, hat er sich im Gebet gedreht in Richtung, also Richtung Mecca, Richtung der Ka'ala. Und diejenige Wand, zu der er sich gedreht hatte, die blieb natürlich da, wo er war, denn der Muslim betet nicht einfach normalerweise ins Freie. Suna ist es, dass man nicht ins Freie betet, sondern in Richtung einer Wand oder Ähnliches. Das ist immer auf Arabisch Sutra. Und diese Stelle blieb natürlich zurück, weil er sich jetzt in die andere Richtung gedreht hat. Weil er sich jetzt in die andere Richtung gedreht hat. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Drehung von 180 Grad. Weil von Medina in Richtung, wie heißt es, Süden ist Makka, ist die Ka'aba in Richtung Norden ist Al-Quds. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und nachdem sie sich gedreht haben, war sozusagen die eine Stelle in der Moschee jetzt, wie heißt es, frei. Und dort hat man nicht mehr gebetet, im hinteren Teil der Moschee des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Und dann hat er angeordnet, dass man diese Stelle überdacht. Und sie war aber nicht eingegrenzt seitlich, sondern nur von oben eingegrenzt. Und offensichtlich von der Seite der Qibla, von der Seite der alten Qibla. Und diese Stelle nennt man As-Suffa. As-Suffa ist der überdachte Ort. Das ist eine Stelle, die einfach überdacht worden ist. Und wir wissen nicht ganz genau, wie groß diese Stelle war, die überdacht war. Aber sie muss relativ groß gewesen sein. Denn der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat diese Stelle einmal verwendet für ein Hochzeitsessen, an dem ca. 300 Leute teilgenommen haben. Und auch wenn auch teilweise die Leute nicht nur da saßen, sondern auch in den Ställen aus und rum, in den Stuben seiner Ehefrau und des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Aber das weist darauf hin, dass die Stelle nicht sehr klein gewesen sein kann. Aber dort haben sich, liebe Geschwister, die Armen von den Sahaba, möge Allah subhanahu alayhi wa sallam, mit ihnen zufrieden sein, aufgehalten. Und das war sozusagen direkt neben der Moschee. Die ersten, die als Sufa bewohnt haben und behaust haben, waren wie gesagt die Muhajirun. Und deswegen sagt man auch manchmal, das ist die Sufa der Muhajirun. Und auch diejenigen Menschen, die von den Delegationen der anderen Dörfer kamen, um über den Islam zu erfahren, wurden auch dort sozusagen empfangen und haben sich auch dort niedergelassen und waren dort sozusagen als Gast zu Hause. Und auch der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat Abu Huraira radiallahu ta'ala, er war einer von ihnen, Abu Huraira radiallahu anhu, war einer von den Ahlen des Sufa, er hat durch Abu Huraira immer gewusst, radiallahu ta'ala anhu, wer von ihnen wie stark im Iman ist, wer von ihnen wie stark in der Ibadah ist, wenn er zum Beispiel Leute einsetzen wollte oder Leute um Rat fragen wollte oder ähnliches. Manche von den Ansar, das heißt von den Sahabat von Medina, auch sie haben sich dort zu den Ahlen des Sufa dazugesellt, obwohl sie selbst nicht arm waren und diese Stelle brauchten. Aber sie wollten sich diesem Leben entsagen und sie wollten sie nicht in diesem Prunk leben, in dem sie vielleicht vorher gelebt haben. Und zu ihnen gehörte Ka'b al-Malik al-Ansari und Hansara ibn Abi Amr al-Ansari, der von den Engeln gewaschen worden ist und Haritha ibn al-Nu'man al-Ansari. Möge Allah subhanahu ta'ala mit ihnen und allen anderen Sahabern zufrieden sein. Die Anzahl der Ahle des Sufa, die sich dort aufgehalten haben, ist natürlich unterschiedlich von Zeit zu Zeit. Mal werden sie mehr, mal werden sie weniger. Wenn mal eine Gesellschaft kommt, dann sind sie mehr und so weiter und so fort. Und man sagt, zumindest Abu Nu'aym erwähnt das in Al-Hilya, dass sie ungefähr 70 Menschen gewesen sind. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Nu'aym rahimahullahu ta'ala erwähnt diese Namen in seinem Buch. Und deswegen möchten wir einige dieser Namen einfach mal erwähnen. Entschuldigung, um sie gehört zu haben und zu wissen, wer zu ihnen gehört. Was soll ich sagen, wenn sie nachher Namen vorst? Ich bin Tugik, dass sie die Namen im Buch hat. Abu Hurairah, r.a. Abu Dharr, Wathila, Ibn al-Asqar, Qays, Ibn al-Tahfah, Ibn al-Tahfah, Ibn al-Tahfah, Ibn al-Tahfah, Ibn al-Anzari, Hanzhra, Ibn al-Abr, Ibn al-Anzari, Hazm, Haritha, Ibn al-Numman, Hudhaifah, Ibn al-Usayd, Abu al-Suriha, Ibn al-Anzari, Hudhaifah, Ibn al-Yaman, Jariah, Ibn al-Gamil, Juhail, Ibn al-Suraqah, Jurhud, Ibn al-Khwayled, Rifaahah, Ibn al-Lababah, Ibn al-Anzari, Abdullah, Theul-Bujadayn, ducain, Ibn al-Said, Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Die Ahlussufa, liebe Geschwister, sie hatten einen wesentlichen Vorteil anderen Menschen gegenüber. Und zwar haben sie ihre Zeit investiert in mindestens zwei oder drei Dinge. Einmal im Streben nach Wissen, dann der Ibadah und dann waren sie immer für den Jihad zu gebrauchen. Und sie haben sich diesem Leben entsagt und deswegen war es für sie ein leichtes, sich selbst zu opfern für Allah, wann sie gebraucht werden. Denn jemand, der in seiner Familie lebt und sein Haus hat zu pflegen und seine Arbeit hat, was man ihm sagt, ihr kennt die Geschichte von der Surah Al-Tawbah, angesprochen wird über Kaab, die anderen beiden, die zurückgeblieben sind bei der Schlacht oder besser gesagt bei dem Feldzug von Tabuk. Das Problem war was? Das Problem war eben die Dunja, die einen verleitet hat, zu Hause zu bleiben. Aber Leute, die eh nichts haben, für die ist es viel einfacher. Und deswegen, was ist angesehener bei Allah subhanahu wa ta'ala? Eine Person, die arm ist und die sowieso nicht an diesem Leben hängt und hinaufzieht mit dem Propheten s.a.w. Oder eine Person, die an diesem Leben hängt und sich überwindet und trotzdem den Aufruf des Propheten s.a.w. Das Zweite, und deswegen sagen manche Gelehrte, dass reich und gläubig zu sein, ist besser als arm und gläubig zu sein. Weil der Reiche ist dieser Fitna ausgesetzt, die der Arme nicht ausgesetzt ist im gleichen Sinn. Natürlich beide sind einer Fitna ausgesetzt. Es gibt auch Gelehrte, die sagen, die Arme sind besser, Arme, die gläubig sind. Wer dem auch sei, zweifellos ist Dunja eine Fitna, eine zusätzliche Fitna, der man ausgesetzt ist. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist man zweifellos einer Fitna ausgesetzt, wenn man etwas von diesem Leben bekommen hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns die Dunja in unsere Hände gibt und nicht in unsere Herzen gibt. Weil derjenige Mensch, der gläubig ist und ein Vermögen bekommen hat und das für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt, so wie Allah es möchte, das ist doch besser, als wenn jemand nichts bekommen hat. Aber wenn jemand etwas bekommt und diese Dunja kontrolliert ihn und er macht dann nur vom Islam das, was seinem Vermögen nicht schadet und seinem Leben auf dieser Welt, dann hat er die Liebe zu diesem Diesseits vorgezogen, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die Dunja eine Fitna. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf im Koran deutlich hingewiesen, dass er sagte, inna ma amwalukum wa awladukum fitna, sowohl euer Vermögen als auch eure Kinder sind eine Fitna. Und er sagte, inna ma amwalukum, er sagte auch, dass zu unseren Ehefrauen, unter unseren Ehefrauen gehörten manche, die für uns Feind sind. Warum? Weil ihr habt, das haben wir schon mal durchgeladen, das hier vor einigen Unterrichten, manche Sahaba, radiallahu ta'ala, wollten auswandern nach Makkah, aber, nach Medina auswandern, aber, was hat sie abgehalten? Die eigene Familie. Die haben gesagt, kannst du jetzt nicht gehen und uns zurücklassen. Und wir können nicht mit dir gehen. Wir haben in Medina nichts. Wir haben kein Haus. Wir haben keine Wohnung. Wir haben dort kein Geld. Wir haben dort keine Arbeit. Was willst du dort machen? Willst du dort betteln oder was? Und so haben die eigene Familie manchmal, haben manche Sahaba abgehalten, davon auszuwandern. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie als Feind bezeichnet. Feind für den Menschen selbst. Und später, manche von ihnen haben sich schon überwunden, sind gegangen. Allerdings haben sie das stark bereut, weil sie gesehen haben, dass viele Sahaba, die schon seit Jahren dort sind, viel gelernt haben vom Koran. Viel gelernt haben von der Sunna des Propheten, s.a.w. Und die kommen unwissend. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, wie man richtig betet. Und die anderen sind ihnen alle schon voraus. Sogar die Ärmsten von den Armen, sie sind da, obwohl sie nichts haben, aber sie haben das Beste bekommen. Sie haben statt Dunya, haben sie Akhirat bekommen. Statt Geld in diesem Leben haben sie Ilm bekommen für den Propheten, s.a.w. Und das ist sicherlich das Beste und Andauerndste für sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit, liebe Geschwister. Und beim nächsten Mal, in sha'Allah, an dieser Stelle weiter, wo es darum geht, dass sie sich der Religion gewidmet haben. Besonders die Ahle des Sufah. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein.